Schönen guten Morgen, es ist 8 Uhr. Wir sind im wunderschönen Berlin-Schöneberg. Erster Drehtag für Robin Schulz Love. Die Crews am Aufbau. Wir haben noch 20 Minuten und dann geht's los. Eins von drei. Ich bin hier gerade nur vorbeigekommen und sie meinten ob ich kurz hier mitspielen kann. Ich habe gesagt, komm mal, spielen wir meinen Lava hier. Wie wichtig ist diese Szene? Diese Szene ist die wichtigste Szene. Es ist gut, ich hoffe. Ich meine, wie stark ist der Wind? Das war ziemlich cool, nicht wahr? Es war wild. Es wird windig, habe ich gesagt. Ja, moin. Ich bin Robin Schulz. Wir sind hier gerade bei meinem Dreh für meine neuen Single, Show Me Love. Ich war hier gerade schon Okan. Jetzt schauen wir mal, meine Szene steht gleich an. Ich bin selber gespannt. Wir werden Wind und Dinge fliegen, also es wird auf dich kommen. Aber du sitzt einfach und schaust auf deine Beine. Und du wirst nicht wirklich wissen. Aber wenn es weg geht, dann denkst du, oh, was? Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das war voll geil. Wir haben es wieder abgenommen und direkt vor der Fresse gekriegt. Mega. Du hast es? Ja, wir haben es. Nächste Karte. Ja, du hast es. 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 Oh, es war ein tolles Tag. All diese Sachen, heute haben wir heute den tollen, wunderschönen, der Wind zu haben. Der Typ. Der Typ. Wir haben sichergestellt, dass jemand darauf denken, dass es eine Explosion zu sein ist. Wir haben alle diese Flasche, die überall gehen. Und alle diese Flaschen. Aber es war ein schönes Moment, wo wir sie zusammenkommen sehen. Es ist cool. Es ist Spaß, in Berlin zu sein. Und wir sehen uns morgen. Wir sind heute beim zweiten Drehtag von Robin Schulz. Und wir fangen jetzt im Fitnessstudio an zu drehen. Unser Liebespärchen wird auf jeden Fall ins Schwitzen kommen. Ich muss ihn retten. Weil ich ihn liebe. Ich liebe auf den ersten Blick. Ich weiß es, bevor es passiert. Ich bin auf dem Weg. Und wir wollen auf den zweiten drehen. Und wir wollen dievatte etwas schmerzen. Ich bin auf den anderen Treffen. Was ist denn hier passiert? I'm not a good driver, I'm sorry, this is a joke, I'm not a good driver, okay, next day. Alright, so we're here on day three of the Robin Schultz Show Me Love music video shoot. Today we're just running around doing a bunch of crazy stuff. It's gonna be really run and gun and fun and so all the stuff that we're getting today is gonna be the little moments that build up and add to this idea of this relationship that isn't quite going as expected. It's gonna be hard to get all of that in four minutes, but hopefully we can do it. So three, two, one, break! That's it! That's it! It's a wrap! We did it! We show you love! We have just wrapped on Robin Schultz Show Me Love. We had a fast and furious third day. I feel really good about everything and all the stuff that we accomplished was just incredible. I couldn't have asked for a better crew, better DP, Jan over there. Oh! Oh! Robin Schultz! Bye bye! Bye bye! Bye bye! Bye bye!